Ich bin der Tod, ich habe nicht meine Augen. Ich habe mir Augen an meine Kinder, dass sie noch zu werden sind. Ich bin der Tod, 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 ich bin der Tod. Aber ich war da draußen, aber es war das letzte Mal zum Fluss gehen. Ist das das letzte Mal? Ja. Aber dafür dürfen wir länger bleiben am Fluss. Nein, nur fünf Minuten. Zehn. Nehmen wir die Ohren mit. Die Ohren. Guten Nacht für dich. Mama, mein Schuh haben wir zu. Ich bin der Kinder. Ich bin der Kinder. Ich bin der Kinder einfach mal zu lohnen. und mein Mann auch hier zu zu finden, wenn sie ein Problem haben. Ich bin der Kinder. Einfach mal vom Armen. Was denn da? Also ich bin nicht neidisch, weil die anderen eine gesunde Mutter haben. Hauptsache ich habe eine Mutter. Und ich habe sie trotzdem lieb. Egal ob sie krank ist, gesund ist. Egal. Hauptsache ich habe sie lieb, finde ich. Das schlimmste Erlebnis, was ich mich erinnern kann, war mit meiner Mutter. Als wir beide, also meine Schwester und ich, im Zimmermann gespielt haben. Als wir ins Wohnzimmer gerannt waren und die Mama auf dem Boden lag. Mit einer riesigen Beule und da drauf war eine Schnittwunde. Und der Rollator lag auf ihr drauf. Dann haben wir den Notarzt gerufen. Durch so einen Knopf, den sie in der Hand hatte. Nächstes... Ah, ich sehe mich falsch rum in der Kamera. Ich sehe mich falsch rum in der Kamera. So, jetzt richtig rum. Nein, ich soll noch falsch rum. Einen wunderschönen guten Morgen, alle zusammen. Guten Morgen alle miteinander. Setzt euch mal bitte wieder auf euren Platz. Lassen Sie mich. Ich bin die Kinder als an der Buchstatt. Weil sie gut sind, die Frauen. Vor allem in der Schule sind die Kinder. Die Kinder waren in der Schule hochkennen. Weil sie Kinder waren in der Schule haben. Und ich weiß, dass ich mich sehr lebe. Und ich weiß nicht, dass ich mich sehr lebe. Also gut, einmal einen Bananen-Split mit Pinot Pinguin, Haselnuss und Stracciatella. Wie? 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 Wir haben heute Wahrheit über Pflicht gespielt. Ohne Verweigerung. Wie? Das war für mich super fies. Leck den Boden ab? Das würde ich nicht tun. Ich würde lieber dreier Money, dann kommt es, steck den Boden ab. Oder, ist das oder ist das. Am 1. Leck den Boden ab. 2. Leck den Boden ab. Tack und leck ab. Neeee! 3. Küsst die Fluchia. Was ist denn so eine Frage? Na, supi. Der, der gerade Eis gegessen hat. Ja, deine Fiesenbraten kommen ja ab und zu. Was bei Geschichten zur Einleitung geht. Da muss ich jetzt hin. 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 Da muss ich 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 hin. 40. Da muss ich hin. Wo? Da muss ich hin. Da muss ich hin. Bis zum nächsten Mal. Da muss ich hin. Ich weiß nicht, was ich auch habe, bin ich am Herzen. Knosten, Obst, Nüsse, Insekten. Interessant ist, die Waldmaus gräbt sich meistens unter Baumwurzellengängen. Und Hüllen, das ist wichtig für meine Mama, weil wir dann gute Noten kriegen und dass wir dann gut sind, also nicht ein Streber halt, aber schon viel Wissen. Hä, den brauchen wir doch gar nicht. So, hier sitze ich. Mama, ich muss dir was Schreckliches sagen. Nein. Nein. Das ist wegen der Schule. Mama. Ja. Ich habe nur drei geschrieben. Wenige Mal? Musik. Ja. Das ist jetzt ganz wichtig. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich finde es ein bisschen doof, dass immer jemand im Haus nicht zur Familie gehört und immer rund um die Uhr da ist. Ich wäre manchmal echt froh, wenn wir dann mal alleine zu Hause wären mit der Mama da. was rasant ist. Was rasant ist. Mhm. Ja. Das wäre dann bestimmt eklig. Mama. Und? Das habe ich vergessen. Und? Ich auch. Stell dir vor. Oh, 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 oh. Und die Sachen vergessen. Es ist egal, wenn der Pfleger dann da ist. Hauptsache ich kann mein Leben lieben. Ich habe schon verstanden. Dass ich sie nicht vergesse. Ich habe zwar nur eine, aber... Ich habe zwar nur eine, aber... Und ich... Ich habe zwar auch nur eine, aber... und ich habe natürlich Hallo. Gute Nacht, Mama. Aber nicht zweimal, Alter. Ich war mit eigentlich beides. Also, dass mich die Mama auch nicht mehr so ins Bett tragen kann. Und dass sie mich nicht mehr umarmen kann. Ja. Ja. Die Kinder haben sich noch so häufig zu mir, weil sie Angst haben, mir weh zu tun. Das hat mir mein Lieblingsgesagt, dass sie Angst hat, auch nicht verletzt zu können. Und das ist ein Traum, um auch von den Kindern. Wenn ich durch den Arm wäre, doch noch in Recht zu sehen, und doch mit den Augen zu bewegen, Das wäre für mich so schlimm. Aber dazu will ich mich haben, weil ich meine Patenten zu tun habe. Wenn ich mich dahin bei Gott nicht mehr bewegen kann, möchte ich in der Schweiz zum Leben. Eins fehlt noch. Ich bin wieder schlafen. Pfff. Na Teddy, wenn du es liebst, mach die Nase ab. Abdrücken, abdrehen, abdrehen. Wir laden. Nein, wir. Schon fertig. Wenn es mir manchmal nicht gut ist oder ein neuer Film kommt, der mich nicht kennt, dann sagen die Kinder dem neuen, was sie zu machen haben. Wenn es mir nicht gut ist, dann sagen die Kinder dem neuen Film kommt, dann sagen die Kinder. Ei, ei, ei. Wenn die Krankheit ein Tier wäre, würde ich Löwe sagen, weil es gefährlich ist. Manchmal frage ich mich, warum meine Mütter diese Krankheit hat, warum ausgerechnet sie und warum es andere Mütter von anderen Kindern nicht haben. Ja, der ist für dich. Oh, man. Ja, ich habe Angst, dass irgendwann mal meine Mama dann weg ist. Und wenn ich dann auch noch nicht so alt bin, um alleine zu leben. Und wenn, gehe ich eh zu Opa und Oma. Nee, nee. Nee, nee. Ja, das Ding da. Nein. Das beste an Opa und Oma ist, dass sie immer für mich da sind und dass sie immer Sachen für mich machen. Weil sie mir immer helfen und so. Und mich immer in die Schule bringen. Oma macht mir immer Essen, Wäsche waschen. Der Opa bringt mich überall hin. Oder bringt Sachen. Ja, dann mach dich fertig. Wir müssen fahren. Es ist fünfe und halb. Jetzt zeigst du die allerhexte Zeit. Wir müssen fahren. Melanie. unal Schirr. Do Klaus. Wir müssen hier auch mitfahren. Wir tun halt meine Eltern Feuerwehr, weil ich das als «az motivating» hin bin. So, my life was to talk when I changed this, I just tried to be as an saying. Bei mir ist das auch nicht echt. Und das macht mich voll voll traurig, dass ich ein Mensch habe, nicht nur meine Eltern, doch nicht alle. Das ist ja wahnsinnig schwer. Nein, der ist leicht. So, dann komm. Wenn ich die Sunan heute sehe, tut mir das schon sehr weh im Herz. Man kann leider nichts machen. Wir haben alles probiert, alles versucht. Und irgendwann muss man sich damit abfinden. Ein bisschen ums Laufen. Und dann kommt das versprochene Völkerbausch. Ich glaube, wenn die Kinder nicht wären, dann hätte sie schon aufgegeben. Die Kinder, die halten sie halt doch. Die kämpfen für die Kinder. Meine Eltern und ich, wir haben noch nie selber den Schau rund in matar. Meine Eltern, Herr Meilen, Sie, Herr Meilen, Sie haben auch ein bisschen so gut gesehen, dass Sie Meilen müssen. Sie wollen, Herr Meilen, Sie haben auch ein bisschen, Sie haben auch ein bisschen, Sie haben auch ein bisschen. Nein, du fragst mich immer, wenn es los ist. Und? War was los? Nein. Und warum machst du nie den Schulranzen zu? Weil das ist schwer. Das nervt mich jedes Mal. Es war immer ein großer Schock und ich glaubte, wenn sie wohnen im Dachau sud, sie hat irgendwo keine Luft, schwinglich und nicht blutlos, aber keine Ruhe. Ich hab einmal gesagt, Sönan, ich nehme die Kinder bei Oma zu schlafen. Sönan hat gesagt, nein, die Kinder müssen bei mir. Und Mama auch, Papa auch. Ich hab gesagt, ja warum, die Kinder ein bisschen näher in der Schule, ein bisschen besser. Ich hab gesagt, nein. Ich hab gesagt, Mama. Ich bin Mama und ich bin Kind. Ich bin Mama und ich. Ich bin immer zu weit weg. Musik Ich bin der Kind bei mir, egal was ich, ich bin Kämpfe nur von den zwei Kleinen, aber ich glaube, Gott weiß schon, ich bin mein Mann immer gut getan, nicht nur von den Kindern, nur Familie, Nackmann, alle Leute, ich bin immer so gut, Gott nimmt das Kind nicht weg. Das ist nur die Wahrheit. Dass wir uns das voll zutrauen, weil ich denke mal, wir machen eh schon fast alles. Kinder betreuen, Schule bringen, die Oma macht oft Essen, tut kochen, die Oma tut Wäsche waschen, macht alles. Und von dem her. Auch Hausaufgaben mache ich öfters, aber die Nenaren versucht natürlich, so lange wie möglich, das selber zu machen, soll sie ja auch. Aber so denke ich, äh, doch. Aber so denke ich, äh, doch. Traumann schon so. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Gibt's nicht. Äh, vier Blätter. Vier Blättrig. Vier Blättrig. Ich brauche noch eins. Aha. Hörst du, auf. Was denn? Nicht du. Nicht du. Fairlijk. Hörst du. G suggárt. Wenn ich freübe, freu mich der Weidishrait, freu mich immer, dass ich sein Haus bin. Ich hab noch nie im Traum gesehen, dass ich nicht hinweg bin. Noch nie. Am weitesten freue ich mich nicht, dass ich auch nicht kann. Immer wieder, immer eigentlich müde. Wenn ich darf und freue mich und wieder zu auch mache, ist es sehr gut, mich von mir an zu essen. Ich weiß nicht, dass ich alles in allem bin.